Lassen wir es so. Das ist die eine Tour und die andere machen wir jetzt im getrennten Video. So, ich bin jetzt gerade so im Flow, dass es zwar zwei Videos werden. So, hatte ich ja gerade erzählt, dass ich von Lübeck-Kügnitz aus nach Scharbolz gelaufen bin, weil ich die Tour abbrechen musste. Ich hatte mir im Winter, das war am 16. Januar 2016, einfach auch ein bisschen zu viel vorgenommen. Für das Wetter und beim zweiten Anlauf bin ich dann hier nach Pansdorf gefahren und ich weiß gar nicht, man kann hier glaube ich komplett an den Schienen vorbeilaufen und kam dann hier oben hin und habe dann den Weg ganz offiziell wieder fortgesetzt. Also ich bin hier dieses Stück dann bis, ich meine mich, Moment, wo geht es denn hier nach Scharbolz? Da, bis hier oben zur Straße dann wohl auch doppelt gelaufen. Ja, lässt sich nicht immer ganz verhindern. Es geht halt auch immer mal was schief. So, hier an diesem See, großer Pönitzer See, da war richtig Wellengang, kann ich mich entsinnen. Ja, ich weiß auch noch hier außen rum, dieses ganze Stück habe ich noch in Erinnerung. Auch diesen Schlenker habe ich mitgemacht, das weiß ich auch alles noch. Manchmal ist es schon faszinierend, was einem so alles noch so im Kopf bleibt. Auch diesen Schlenker durch den Wald erinnere ich noch irgendwie, ja jetzt nicht im Detail, aber dass ich davor stand, bleibe ich jetzt hier auf dem Jakobsweg und auf der Straße oder muss ich als richtiger Fernwanderer und kein Jakobsberger eben auch durchs Unterholz kriechen? Ähm, so, ja. Und das läuft dann hier und läuft und läuft und wo laufen sie denn? Und, ähm, irgendwie war hier auch noch was mit der Bahnstrecke, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ach nee, das war dann hier in Neustadt, in Holstein kam ich an und das war dieses Stück dann da. Dazu gibt es aber ja ein Video. Das habt ihr ja, wenn ihr der Nomenklaturreim zu Fuß rund um Deutschland Projekt folgt, habt ihr das ja gesehen. Ja, und hier stand ich dann in Neustadt in Holstein und musste auf den Zug warten. Seinerzeit habe ich das noch nicht so gemacht wie heute. Ich bin halt mit dem Zug nach Pansdorf gefahren und von Neustadt in Holstein, ähm, dann wieder zurückgefahren. Nach, in der Regel nach Rheinbeck, äh, weil ich seinerzeit in Hamburg-Bergedorf oder in Vier- und Marschlanden, ganz konkret in Altengamme, gewohnt habe. Ähm, ja, heute mache ich es ja anders, dass ich immer mit dem Auto, heute wäre ich mit dem Auto nach Neustadt gefahren, von da aus mit dem Zug nach Pansdorf und dann zum Auto zurückgelaufen. So würde ich es heute machen. So, das waren jetzt, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, weil das jetzt zwei, na, die Maus hier unten. Irgendwie, na, der Rechner ist einfach alt. Man hört ihn, glaube ich, auch rauschen und da soll auch jetzt einiges passieren. Vielleicht habe ich ja jetzt im Zusammenhang mit meinem kaputten Fuß die Gelegenheit dazu. So, dann bis zum nächsten Video. Das wird jetzt hier das Ergänzungsvideo sein von Lübeck-Kügnitz nach Travemünde. Bis dahin, ade. Bis dahin, okay. Untertitelung des ZDF, 2020